Mensch Mahler Der tägliche Kolumnen-Podcast mit Günter Mahler Eberhard Jüngel ist tot. Im Alter von 86 Jahren starb der evangelische Theologie-Professor am Dienstag in Tübingen. Eberhard Jüngel hat ganze Studentengenerationen geprägt. 18 Jahre leitete er den evangelischen Stift, die Kaderschmiede der Württembergischen Landeskirche. Dort hatten schon der Astronom Johannes Kepler, der Philosoph Georg Friedrich Wilhelm Hegel und der Dichter Eduard Mörike studiert. Eberhard Jüngel wuchs in seiner Geburtsstadt Magdeburg auf und flog vom Gymnasium, weil er gegen die Beschlagnahmung diakonischen Eigentums durch das SED-Regime protestiert hatte. Er holte das Abitur später nach und begann eine steile wissenschaftliche Karriere. Jüngel promovierte zu Paulus und Jesus und war nach seinem Studium lebenslang Dozent. Über Berlin und Zürich kam er nach Tübingen, wo er bis zu seinem Tod lebte. Gott als das Geheimnis der Welt ist Jüngels wichtigstes Buch, aber auch über die Geduld, das er gemeinsam mit dem katholischen Theologen Karl Rahner veröffentlichte, wurde stark beachtet. Überhaupt die Ökumene. Sie war Jüngel stets ein Herzensanliegen. Und die Mission. Eine Kirche ohne Mission bekomme Herzrhythmusstörungen, sagte er einmal. Seit Jahren litt Eberhard Jüngel an einer Viruskrankheit. Das muss nun tapfer ertragen werden, zitierte er seinen theologischen Lehrer Karl Barth. Am Ende seines Lebens freute er sich darauf, die Liebe Gottes in gesteigerter Form erleben zu dürfen, von Angesicht zu Angesicht. Das ist ihm jetzt vergönnt. Das Leiden ist zu Ende. Mensch, Mahler Der tägliche Kolumnen-Podcast mit Günter Mahler Eine Produktion der Podcast 1 GmbH